hallo werte zuschauer heute war ich in niederlande und bevor ihr sagt ich lüge ich habe eine 90 minuten fahrt hinter mir also rate ich euch mich nicht als lügner zu beschimpfen na dann dann machen wir jetzt mal das auto auf und drin haben wir hier nicht ein sondern gleich zwei paletten mirinda wie ihr seht und ja hier haben wir auch noch zwei paletten coca cola und da drin haben wir auch noch ein paar sachen hier wie zum beispiel hier maß ist lecker oder auch hier neuen kescher und chubber chubbs soße ja das war ein schöner einkauf hier das war es damit im einkauf vielleicht sehen wir diese produkte in einem neuen video aber wir wissen es nicht haut rein freunde ciao